Was geht Leute? Der Lenny wieder hier. Ja Leute, ich bekomme das erste Mal die Ehre ein Tag-Video zu machen. Bei diesem Tag geht es um Fragen, die man nicht mit Worten, sondern mit Bildern erklärt. Am Ende des Videos kann man sich dann eine Person raussuchen, die man taggen möchte. Die dann genauso ein Video macht. Und da ich durch die Monstrum die heutige Ehre bekommen habe, fangen wir gleich an. Hey Lenny, neuer Hut? Trägst du jetzt nie mehr deine Cap? Was zur Hölle ist mit deinem Daumen los? Okay... Wenn du auf einer Insel bist und drei Gegenstände mitnehmen dürftest, welche wären das? Was ist dein Lieblingsgetränk? Was war deine letzte teure Errungenschaft? Was machst du, wenn du alleine bist? Welchen Star hast du schon mal in echt gesehen? Welche Spielekonsolen hast du? Was war dein erstes Kuscheltier? So Leute, jetzt hat man den ersten kleinen privaten Eindruck von mir und ich hoffe, es hat euch gefallen. Die nächsten Leute, die ich taggen werde, sind FreeloPlays und MicrosOne. Zwei super Let's Player. Schaut einfach mal auf deren Kanälen vorbei. Lohnt sich wirklich. Wow, gut, dass das jetzt hier keine Werbung wird. Das war's von meiner Seite. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao Leute! Bis dann! Bis dann! BIG KJR,! Untertitelung des ZDF, 2020